Burkhardt, das E-Gastfest in Wolchsee, du bist der Initiator, vor 20 Jahren ist das ins Leben gerufen worden. Was heißt denn eigentlich E-Gastfest? E-Gastfest heißt eigentlich, das ist der erste Markt. Das erste Mal bei der Bauern Markt, das ist das E-Gast. Hast du natürlich auch eine Riesenentwicklung jetzt mitverfolgt. Was hat sich denn geändert vom ersten Mal zu heute? Ja, am Anfang war ich gar keine Zeit noch nicht. Und was Fischhangerl faktisch, also ein kleiner Schauplatz, wo wir ein paar Kleintiere gehabt haben und ein paar Aussteller. Aber im Grunde genommen war es noch ziemlich klar. Ich möchte mich auch mal bei allen honorigen Persönlichkeiten bedanken, seitens Gemeinde oder Tourismusverband. Wir haben immer schalten und walten können, wie wir wollen haben. Wir haben alles gekriegt, was wir gebraucht haben. Und sie waren da auch immer zufrieden mit dem, was wir auf die Beine gestellt haben. Du selber hast dir auch heute ein großes Dankeschön gekriegt. Und ja, die Pferdchen liegen da einfach am Herzen und da ist auch eines drauf. Ist das schon ein bisschen Anerkennung für dich noch, für die viele Leistung? Absolut, absolut. Das freut mich ganz gewaltig, weil sie haben genau meinen Geschmack getroffen. Wie lange machst du das denn? Aber jetzt bist du ja auch langer. Ja, jetzt im Grunde genommen bin ich allein und höre auch mit dem heutigen Tag auf. Herzblut liegt natürlich nach wie vor drinnen. Absolut, aber es ist, nach 20 Jahren muss man sagen, es reicht einmal wieder. Weil einfallen tut mir auch nichts mehr in Eis und es gehört auch mein Jungsblut dazu. Jawohl! Herr Höhrling, super! Ohne Sprechner, Wahnsinn! Herr Konanzler, wunderbar! Herr Festl ohne ein gescheites Bier. Was ist die Intention von euch gewesen, da mitzumachen, zu sponsern? Ja, es ist Tradition. Und Tradition sind Werte, die man bei uns in Tirol speziell sehr hochheben muss. Und das war auch für uns ganz, ganz wichtig, da auch dabei zu sein, ganz nahe bei den Menschen zu sein. Ja, und das ist eigentlich der wesentliche Grund. Das Egerstfestl selber hat natürlich auch für den TVB, kann ich mir vorstellen, eine enorme Bedeutung. Ja, auf jeden Fall. Es ist auch eines unserer größten Traditionsfeste, das wir im Kaiserwinkel im Jahreslauf haben. Und es ist 1998 begonnen worden. Und der Grundgedanke dahinter ist ja der, dass man den Besuchern vom Egerstfestl mehr oder weniger das alte Gewerk ein bisschen vermittelt. Also da ist dann alles dabei, vom Hufschmied, der da der Leif in dem Fall Hufschmieden tut oder Nagelschmied, Brotbacken, Bierbrauen, einen Bader, also einen alten Friseur und viele, viele Dinge dieser Art klöppeln. Und mir fehlt gar nicht alles, was da gezeigt wird. Und das ist eigentlich da der Grundgedanke. Und wir sind sehr stolz, dass wir da jetzt im Laufe der Jahre so viele, viele Besucher haben begrüßen dürfen. So ein Festl, kann ich mir vorstellen, hat auch für die Gemeinde eine ganz besondere Bedeutung. Ja, man kann sagen, das Egerstfest nach 20 Jahren, spartestens jetzt, ist es auf jeden Fall eigentlich das Dorffest in Wolksee. Und das Tolle ist, es sind so viele Vereine und verschiedene Wirte und so weiter mit dabei, die zusammenhelfen, dass das jedes Jahr funktioniert. Und da kann man als Gemeinde sich nur glücklich schätzen, wenn es Jahr für Jahr so eine Entwicklung nimmt. Der Festumzug ist ja traditionellerweise jedes Jahr mit einem bestimmten Thema verbunden, sei es Kühe, sei es Pferde, sei es Transport früherer Zeiten, alte Autos, alte Motorräder und solche Dinge. Aber im Großen und Ganzen der heurige Umzug ist ein ganz besonderer, weil ein sogenanntes Best-Off stattfindet, also von allem ein bisschen. Und wir hoffen, dass uns jetzt der Wettergott mitspielt und wir dementsprechend dann ein bisschen was zum Schauen haben werden. Und wir hoffen, dass uns jetzt der Wettergott mitspielt.